Hallo zusammen und willkommen. Eine Knoblauchzehe ins Ohr stecken? Zugegeben, irgendwie klingt es ein bisschen unappetitlich und verrückt. Und trotzdem hilft es. Knoblauch hat eine unheimliche positive Wirkung auf unser Immunsystem. Deshalb solltest du vor allem in der Winter- und Erkältungszeit nicht auf die kleine Wunderknolle verzichten. Als Allzweckheilmittel hat Knoblauch bereits eine lange Tradition. Es wird vermutet, dass der sogenannte Urknoblauch bereits vor 5000 Jahren in Zentralasien angebaut wurde. Bekannt ist, dass Knoblauch schon zu dieser Zeit in China zu Heilszwecken verwendet wurde. Später nutzten ihn römische Soldaten nach langen Fußmärschen als beliebtes Mittel gegen Fußpilz. Überall, wo man Knoblauch kannte, wurde er als medizinisches Heilmittel eingesetzt. So wurde er etwa gegen Altersbeschwerden, Schlangenbisse, verschiedenste Infektionen, Skorbut, Bräuma, Pilzbefall, allgemeines Unwohlsein und sogar gegen die Pest verwendet. Das Besondere an den kleinen Knollen ist die in ihnen enthaltene Schwefelverbindung Alicin. Diese kann allerdings ihre Wirkung erst entfalten, wenn die Zellwände des Knoblauchs beschädigt werden. Etwa beim Hacken, Schälen oder Pressen. Alicin ist hitzeempfindlich, weshalb man Knoblauch idealerweise roh zu sich nehmen sollte. Der Inhaltsstoff schützt vor freien Radikalen und hilft zu, Krebserkrankungen vorzubeugen oder diese zu bekämpfen. Knoblauch ist dafür bekannt, besonders bei Arteriosklerose und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zu helfen. Darüber hinaus wird er auch als natürliches Antibiotikum bei Bakterienbefall jeder Art sowie Darmproblem eingesetzt. Da das im Knoblauch enthaltene Alicin stark antioxidativ wirkt, wird es auch bei Entzündungen eingesetzt. Zusammengefasst lässt sich durchaus behaupten, dass Knoblauch eine wahre Wunderknolle ist, die du deiner Gesundheit zuliebe ruhig öfter einmal zu dir nehmen solltest. Was aber passiert, wenn du eine Knoblauchzehe ins Ohr legst, erklären wir dir heute. Los geht's! Wer kennt das nicht? Man liegt mit einer Erkältung oder einer Ohrenentzündung flach und nicht scheint zu helfen. Ohrentropfen oder andere Hilfsmittel scheinen alles nur noch schlimmer zu machen oder wirken überhaupt nicht. In solchen Fällen, aber auch bei anderen gesundheitlichen Problemen, wie etwa Kopfschmerzen oder Atemwegserkrankungen, kann Knoblauch im Ohr wahre Wunder bewirken. Dieses einfache Rezept verwendeten schon Generationen zuvor. Für die Anwendung benötigst du eine Knoblauchzehe, die in der Regel sowieso in jedem Haushalt vorzufinden ist. Diese wäscht und schält man zunächst und schneidet sie dann in nicht allzu kleine Stücke, gerade so groß, dass sie nicht tief in den Gehörgang rutschen. Eines der Knoblauchstücke wird anschließend mittels Verband oder Pflaster direkt an der Ohrmuschel platziert. Im Idealfall sollte der Knoblauch über die Nacht einwirken. Bereits nach einer halben Stunde kann es zu einer deutlichen Besserung kommen. In der Regel wirkt Knoblauch im Ohr schon nach der ersten Anwendung, aber in besonders hartnäckigen Fällen musst du die ganze Prozedur mehrfach wiederholen. Nach der Anwendung solltest du das Knoblauchstück wegwerfen. Zusätzlich kannst du noch das Herz einer Zwiebel neben das Knoblauchstück legen. Auch Zwiebeln wirken antiviral und entzündungshemmend. Hierdurch lässt sich die Wirkung intensivieren und ein besseres und schnelleres Ergebnis erzielen. Wenn du das alles doch irgendwie ein bisschen eklig findest und dich nicht traust, gibt es natürlich auch Alternativen. Einerseits kannst du Knoblauch über einen Wattebausch auspressen und diesen dann ins Ohr legen. Natürlich solltest du darauf achten, dass dieser nicht zu tief ins Ohr rutscht und keine kleinen Knoblauchstücke mit dabei sind. Andererseits gibt es noch eine Möglichkeit, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. In diesem Fall kannst du einen Teelöffel gepressten Knoblauchs gemeinsam mit zwei Teelöffeln Sesamöl kurz erhitzen, abkühlen lassen und anschließend das Öl durch ein feinmaschiges Tuch absieben. Mit zwei bis drei Tropfen dieses Öles kann dann das betroffene Ohr beträufelt werden. Anschließend solltest du die Ölreste aus dem Ohr abfließen lassen. Diese Methode lässt sich auch zusätzlich zu den anderen Varianten einsetzen, sollte allerdings nicht häufiger als einmal täglich angewendet werden. Grundsätzlich gibt es bei einem natürlichen Heilmittel wie Knoblauch bei richtiger Anwendung keinerlei Gefahren. Das Prozedere kannst du aus diesem Grund häufiger wiederholen. Dennoch ist Knoblauch im Ohr nicht für eine dauerhafte Behandlung geeignet. Wenn dieser kurzfristig keine Linderung verschafft, solltest du im besten Fall eine Arzt aufsuchen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Hast du bereits Erfahrungen mit dieser Anwendung gemacht? Dann würden wir uns freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.